Musik Servus, grüßeng, ich bin die Marie Therese, ich bin für das Marketing bei der Tiefgesellschaft Obergurgl-Hochgurgl zuständig und ich habe heute die Gunst der Stunde genutzt. Gestern Abend hat es den ganzen Tag eigentlich richtig geschneit. Heute haben wir traumhafte Bedingungen, blauen Himmel, Sonnenschein, ein super Schnee auf der Piste und ich nehme euch heute mit auf einen super Skitag, wo wir da jetzt am Tag Mountain Star starten. Wir haben eine super Aussicht in Südenau, raus durchs ganze Tal und ich freue mich richtig auf einen super Skitag. Wir haben jetzt die erste Abfahrt vom Top Mountain Star schon hinter uns, stehen jetzt im Zentrum vom Skigebiet, genauer gesagt auf der Hochgurgler-Seite. Wir haben die ersten Fun Slope schon hinter uns, das macht richtig Spaß und ist was für jedermann. Wir fahren jetzt noch runter zum Top Express und wechseln dann auf die Obergurgler-Seite, wo wir am Festgurgl die nächste Fun Slope auschecken. Da drüben haben wir eine Girls Shred Crew, die Diamond Girls Crew und da schauen wir uns an, ob die das genauso gut hergerichtet haben. Da drüben haben wir eine Schreiebieter mit einem hoher impfen, mit einem hoher geschätztem und schreiebieter. Hier haben wir eine hoherbeigeige Gerichte, auf der Rutsch am besten. Na der Rutsch am besten. Nachdem uns der Top-Express jetzt super von Hochgurgel nach Obergurgel hergebracht hat, haben wir die Rostkorb angenommen und stehen jetzt unterhalb von der Quattro Festgurgelalm. Da haben wir die nächste Fun Slope, die Audi Quattro Fun Slope, auch mit einigen Steilkurven an den Tunnel, und die werden wir jetzt als nächstes genießen, fahren wir Richtung Hohemut fahren, wo wir dann einen kurzen Abstecher im Family Park machen, um uns dann auch ein leckeres Mittagessen an der Hohemut zu gönnen. Die Rostkorb an der Hohemut zu gönnen, die wir jetzt hier in der Hohemut zu gönnen. Untertitelung. BR 2018 Wir sind jetzt vom Festkugel noch daher auf die hohe Mug gefahren. Wir haben heute einen super Skitag verbracht bei traumhaften Bedingungen. Super Wetter, voll super Schnee. Obergurgl Hochgurgl bietet im Winter, abgesehen von den perfekt präparierten Pisten, noch einige andere Sachen, wie zum Beispiel viele Events. Mitte Januar haben wir die Bauder Snow Week. Anfang März findet dann das Nassau Beach Club Snow Special statt. Und Anfang April ist dann noch der Open Faces Freeride Contest. Wir lassen es für heute jetzt gut sein. Wir genießen nur die letzte Abfahrt und ich hoffe, wir sehen uns auch bald auf den Pisten von Obergurgl Hochgurgl. Servus, Pfütenk! Super Bedeutung. Super Bedeutung.